Ein Ford Transit ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Transporter ist 5 Thürich, bietet Platz für drei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Bordcomputer, elektrische Fensterheber, ABS und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 125 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 4,6 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 24.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausköbler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Auf 100 Kilometern. 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 Auf 100 Kilometern.